Nach sieben Jahren ist es endlich soweit. Das BUND Auenzentrum mit seinen Partnern schlitzt einen ehemaligen Deich, vertieft Senken und Flutrinnen und bindet die hohe Garbe, ein Auenjuwel der unteren Mittelelbe, wieder an die Elbe an. Auch kleinere Hochwasser können nun wieder in das Gebiet einströmen, dabei Tiefe senken und Löcher füllen und an anderer Stelle leicht wieder abfließen, wenn die Flutwelle vorüber ist. Eine Dynamik, die naturnahe Auen zum Überleben brauchen. Das Projekt zählt deutschlandweit zu den vier größten Renaturierungsprojekten, die Auen wieder mit dem Kommen und Gehen des Flusses verbinden. Ein Erfolg, auf den das Auenzentrum des BUND mit vielen Partnern lange im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt hingearbeitet hat. Bis wir an diesen Punkt gelangt sind, waren also sehr umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Das fing damit an, dass wir alte Karten, alte Unterlagen ausgewertet haben, auch im Gelände noch mal vermessen haben, um überhaupt die Höhenverhältnisse hier zu verstehen, um zu verstehen, wann fließt das Wasser, wann strömt das Wasser in welche Bereiche ein, wie breitet es sich aus. Diese Daten sind dann auch letztendlich in ein Höhenmodell eingeflossen und auf der Grundlage sind dann mehrere hydraulische Modellierungen durchgeführt worden. Die haben wir auch immer wieder angepasst, immer wieder Parameter verändert, Dalschlitze verändert, Ablaufhöhen, Einlaufhöhen verändert, bis wir dann letztendlich eine Optimalvariante hatten. Voraussetzung war allerdings, dass die notwendigen Flächen für den Naturschutz erworben werden konnten. Ein Bodenordnungsverfahren erleichterte dies erheblich, bei dem die vielen Einzelflächen verschoben und zusammengelegt wurden. Alle Pläne und Maßnahmen hat der BUND stets vor Ort offen kommuniziert. Im Rahmen einer Auenwerkstatt kamen vom Angelverein bis zum Landwirt alle zu Wort. Und für viele Probleme gab es Lösungen. Vom sinnvollen Flächentausch bis zur Anpassung der Nutzung. Also ich bin sehr angetan davon, diese Auenwerkstatt, wie sie gedacht ist und vor allen Dingen, wie sie praktiziert wird. Dass wir ständig Termine haben, mehrere Termine haben, dass diese Auenwerkstatt tatsächlich eine kontinuierliche ist. Dass wir für unser Dorf, für die Region hochkarätige Menschen hier haben, mit guten Erläuterungen, was das Ganze bedeutet, in welchen Aspekten man diese Ökologieentwicklung sehen muss. Das finde ich als eine große Bereicherung und auch ein Geschenk, auch ein Juwel. Der 200 Hektar große Auwald der Hohengabe kann sich nun weitgehend ohne menschlichen Einfluss natürlich entwickeln. Keine Selbstverständlichkeit, denn in Deutschland sind bereits über zwei Drittel der ursprünglichen Auen verschwunden. Die alten Eichen- und Ulmenwälder können sich verjüngen und bleiben erhalten. Und mit ihnen viele, auf den Wechsel von Wasser und Trockenheit spezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Außerdem hat der BUND zusammen mit Schülern und Anwohnern über 14.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Es ist einfach schön hier so im Wald um zu putzeln. Naturnahe Auen sind auch deswegen so faszinierend, weil sie zu den vielfältigsten Ökosystemen bei uns in Deutschland und in ganz Mitteleuropa gehören. Dort, wo der Fluss noch gestalten kann, schafft er ein Mosaik von ganz unterschiedlichen Lebensräumen, die eng nebeneinander sind. Das reicht von üppigen Wäldern über offene Lebensräume wie Grünland, wassergefüllte Senken, Tümpel bis hin zu sehr trockenen Standorten wie Sandbänke am Fluss oder Binnenlanddünen. Zudem bringt der Fluss mit seinem Wasser, das kommt und geht, eine sehr große Dynamik in die Lebensräume. Sie können an einer Stelle neu entstehen, während sie woanders verschwinden. Und das bedingt eben, dass ganz viele verschiedene Tiere- und Pflanzenarten ganz eng beieinander geeignete Lebensraumbedingungen finden. Und deswegen gehören naturnahe Auen zu den artenreichsten Ökosystemen überhaupt. Auch für uns Menschen leisten intakte Auen einen unschätzbaren Dienst. Denn wo sie noch vorhanden sind, flachen sie Hochwasserspitzen ab. Das Wasser kann sich verteilen und der Boden nimmt es wie ein Schwamm auf. Auch filtern Auen unerwünschte Stoffe wie Nitrat oder Phosphat aus dem Wasser. Sie sichern damit unsere Trinkwasserqualität und schützen die Meere. Zudem binden sie das klimaschädliche Kohlendioxid. Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Ein zentrales Anliegen des Projektes ist, Menschen jeden Alters einzubeziehen und für die Aue zu begeistern. Ein Puppentheaterstück etwa nimmt schon die Kleinsten mit in die faszinierende und bedrohte Welt des Auenelfs Ayou. Schüler und Schülerinnen erfahren bei Aktionswochen viel über das Ökosystem Aue und verbinden dies mit Spiel und Spaß an der Elbe. Und eine App macht die Auen und die Region um die hohe Garbe für alle erlebbar. Egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das sind ganz vielfältige bunte Naturerlebnisangebote entstanden, die über das Projekt hinaus dauern, was wichtig ist. Und so auch neue Besucher in die Region bringen. Das heißt, Naturschutzgroßprojekte tragen eigentlich auch zur Regionalentwicklung bei. Das zeigt sich auch an der guten Resonanz, die wir hier im Auenreich im Burgpark von Burglenzen haben. Und an dem vielen positiven Feedback, das uns die kleinen und die großen Gäste dieses Auenreiches geben. Hier im Burgpark haben wir die Gelegenheit, mit dem Auenreich den Wert und die Schönheit von Auen im Kleinen darzustellen. Und das ist eben sehr wichtig, dass Menschen das kennenlernen, weil Menschen schützen nur Dinge, die sie kennen und die sie lieben. Das BUND Auenzentrum auf Burglenzen und seine Partner haben schon ein neues Ziel. Die hohe Garbe und weitere intakte Auen an der Elbe miteinander zu verbinden. Derzeit liegen sie noch wie Inseln voneinander getrennt. Doch schon bald sollen sie ein Netz bilden. Ein Netz aus lebendigen Auen an der Elbe. Derzeit liegen sie noch wie Inseln voneinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017